batarang ich bin umgeworfen worden und willkommen zurück zu einer weiteren runde infinite chrysons zusammen mit der chief oh yeah ich wollte nur mal spielen weil ich mal den batman spielen wollte ich habe letztes mal so abgelost und an die leute auf meinem kanal heute ist der debitor dabei weil die folge ist von ted sich nun mal auf seinem kanal alles in der video beschreibung verlinkt und natürlich auch der link zum gratis mitspielen sofern ihr solche mobile games mögt also mobile ist der überbegriff massive online battle arena und das ist quasi sowas hier wie lol auch den haben wir den green hornet den sind batman fern gay aquaman und natürlich nicht aber du bist der mit dem leckeren fleischstück ne ja genau so ist mal direkt verkaufen hier was kauf ich denn mal ich klicke einfach mal die empfohlenen sachen an ja ich ich gucke zumindest mal so ein bisschen am anfang kann ich mir auch holen ja so konnte green lantern schweben ja klar ok konnte alles oder war doch nur eine laterne wat wat sind da die für sachen wat für sachen bettering schleudern das map startet in 10 sekunden ich gehe mal mit dem aquaman nach oben wenn sonst keiner mitkommt achso sonst kann ich mal nach oben ja ist egal weil wir müssen auf eine 3 auf eine 2 ok dann komme ich hoch ne ich gehe unten ok wer sehen will was der ted macht der muss halt beim ted gucken genau ab da davon keep moving ich mein batman ist ja irgendwie cool die sind schon mal gut die bleiben direkt stehen ich lauf durch zum nächsten ja das gab kohle ach so erst vor ok also ich bin gerade über rot gelaufen weiß ob das legitim ist über rot ja hier war eine ampel ach so ach weh muss ich drücken ich hab zwei gedrückt lol nee infinite crisis 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 man crisis ja kennst du noch crisis das spiel ja sehr geil sehr sehr gar das spiel und eine Давайте ich hätte ihn gehabt dat ich bin umgeworfen worden auch super man als superwander frau ach gut ja supermann kann machen ja hab ich fast wegg eş hast du auch so ein auto aufheben mit den ich kann mir immer nicht ich kann nämlich mit den auto konsumierungen sie es zum jetzt habe ich da jemand hingelegt was hast du da hingelegt habe eine kamera oder so ach so ja genau das ist ein überwachungsding glaube ich wollte ich schon immer mal da stehen und jetzt steht der rain tower what the fuck aber man sieht batman ist schon weitaus besser für mich ja wir sind vorher gespielt den robben glaube ich habe ich bin sonst geht mal oben drauf vorheriger partnern sehen aber ich gezockt der robben was sind das für rote bälle ja die habe ich mich auch schon gefragt ich weiß ehrlich gesagt nicht nein mann i am so dank nein man natürlich auch schön viel geld ne bedrang bedrang oh nein oder falsch angeklickt kann ich mich auch regenerieren wenn ich nach hause lauf doch doch klar wenn du nach hause gehst du kannst aber auch b drücken dann port ist du dich nach hause dauert natürlich nein auch das gibt es bei lol echt in einem anderen mobile game meinst du ne oh getting home geht aber relativ zu hier finde ich ganz cool hat halt die umgebung mit kaputt geht das finde ich ein cooles feature so das ist aber bei lol in dem sinne nicht nee also so autos und so kaputt schlagen oder irgendwann anderes geht geht dabei nicht ne ok gebe da denn autos bei aber auch keine ruinen oder so die man kaputt schlagen könnte was ist eigentlich in der mitte jetzt dieses das ist so eine orbitalkanone was genau die macht weiß ich nicht so genau was sie aber ich glaube wahrscheinlich zieht viele punkte ab oben in die abfeuert oder so aber da muss man wahrscheinlich diese stromdinger aktivieren ne 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 diese stromdinger da läuft sie schneller durch achso cool da kann es halt wenn du durch die mitte gehst bisschen abkürzen so ein bisschen schneller ah guck mal wieder was gelernt ihr könnt hier noch was lernen heute sagste los batman komm her guck mal rennen da weg die feige sauf der turm ey der war ganz schön aua alter wenn man in dem haupturm ist er braucht nur einen schuss anscheinend ne ja wenn du hinten über die brücke gehst meinst du ok wieder was gelernt ich wollte den batman unbedingt haben und dann war ich halt tot ja das ist bei lol halt auch so weißt du ich hab jetzt zweimal dem den gegner weggestaubt so also ich habe die ganze zeit mit drauf gehauen aber ich musste zwischendurch raus weil ich so low war und dann du kannst du ja auch diese ampulle du kannst auch diese ampulle holen im shop ne dann hast du immer einen heiltrank dabei wenn du wenn du stirbst und respawns ok kommst du mit zur mitte weil jetzt gleich kommt anscheinend die orbitalkanone die kann ich zentrieren auf meinen helden leertasse so was macht denn die kanone schon weg die schon weg hätte die geholt aber ich bin doch batman ja dann musst du dir oben den wain tower mal holen obwohl wir lieber vielleicht hierhin direkt weil da sind vier stück jetzt wenn du dahin gehst alter sind da viele ja hol dir lieber den den anderen hier ah den ok weil ich gehe jetzt gleich wieder zu dem hier zu dem linken das ist nur so hin und oh miss da kommen zwei auf mich zu von hinten ja ich glaube ich verstecke mich mal irgendwo ja du gehst irgendwo durch zurück dann schnell weg so jetzt machen wir den jetzt machen wir den falle ich bin bett wenn er wird wie redet der nummer so ganz bescheuert ja genau klappt sehr gut na wer holt jetzt der dinge weg wer oder die schnauze vom vom gas light joker hier so dank night hier muss ich mir immerhin helfen und sieht ja doch nichts hier weil ich nehme gerade auf ich nehme gerade auf ganz schön ich wollte noch ganz schnell so ein auto essen eben kommt jetzt der pimmel bett mehr ich glaube der port sich gerade zurück ja noch erwischt aber ich nicht was in der luschen ja komm wir machen die voll fertig wir haben jetzt 25 punkte verloren das ist mal so gar nichts jetzt ist er weg ich habe jetzt meine ulti ich habe jetzt so eine ratten schar um mich rum war das ist ja bei mir da ist eine 2 dran wenn ich eher drück da ist ja stufe 2 hast du das schon ne 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 aber das ist zwei dran muss ich noch mal lesen um rechts in der ecke oder was ne an meiner ulti ja da habe ich wohl nur zwei aufladungen im moment ach so ja die werden sich ja wahrscheinlich nacheinander aufladen ne oh hier zur mitte genau du bist da sehr gut die haben die metro station jetzt ich komme noch zur mitte weil die werden jetzt bestimmt gleich mal hoch kommen hier ja muss ja oder oder ich glaube ich lauf mal durch und helfe dem kollegen rechts da ich habe richtig viel kohle jawoll ach so da kommen so mega minions die so rauslaufen ja das auch aber ein teammitglied wurde besiegt ein teammitglied wurde besiegt so hab ich dir ein bisschen gegeben jetzt hau ich wieder ab oh fuck ich hasse da der ist dann weg einfach der ist dann weg ja hier ist so ein gegner der verschwindet dann so scheiß weil siehst du jetzt unten auf der map diesen roten kreis ja da hat er dann so ein haus kaputt geschossen was genau das bringt weiß ich jetzt auch nicht aber aber ist halt weg das haus ne ja ja eben ach du bist hier auch ok hi na keule lol wir haben ja alle bis auf den da unten oh da ist einer da der haut immer ab ach so der portet sich irgendwo hin ja genau ok da gehe ich drüber war wir doch viele man weiß wir sind die beiden peter von hinten ich merke schon ich muss ja weg ich muss ja weg nein bist du gestorben ja aber ich wollte ja eh shoppen gehen so komm gib dem oh der ist jetzt zu dritt ey krass geht voll ab hier der dieser gaslight joke boah ich glaub ich hab mir das nächste holen jawoll er lässt da so einen riesigen kristall fallen ich hab den katana jetzt sind wir hier grad voll hart am spawn camp meh achso ich kann den gegner stark behindern und meine sich wird erhöht au 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 nochmal meine Stats oben rechts. Kann ich nicht sehen, weil die Aufnahmezahl da drüber ist. Der ist natürlich schlecht jetzt, ne? Okay. So, jetzt kommt meine tanzende Rattenschar. Oh, und dann sterbe ich, aber egal. Muss eh shoppen. Ah, ist jetzt eh vorbei. Wir haben schon gewonnen. Ah ja, wir haben schon gewonnen. Brauche ich ja nebenher shoppen gehen. Ja, geil. Geil. Ist mal voll durchgeflogen. Double kill. Und haben noch synchron geil gesagt am Ende gerade. Hast du es gehört? Ja, sehr gut. Passt. Splat the back. Sieg. Aber eine schnelle Runde, eigentlich ganz geil. Ja. Ja, krass. Oh, ich kann das Spiel bewerten. Mach ich jetzt auch mal nicht. Oh, ne, mach ich jetzt auch nicht. Wo bin ich denn? 2-1. Auf jeden Fall besser als letztes Mal. Und ich würde sagen, wenn ihr das gerne mitspielen möchtet oder mal spielen möchtet, alles in der Videobeschreibung und ja. Für mich gilt dasselbe. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.